Ja, die Gärder Seiner, es freut mich, dass wir uns hier auf der Wiesn treffen. Ja. Ja, und so fest im Dirndl, ich glaube, Sie fühlen sich richtig gut wohl da drinnen, oder? Ja, das gehört ja bei mir schon fast zur Berufskleidung dazu. Und ich bin auch echtes Münchner Kindl, da gehört ja auch Münchner Dirndl dazu. Genau so ist es. Wie schaut es dann so von den kulinarischen Leckereien aus, was essen dann Sie, wenn Sie auf die Wiesn gehen? Was ist da ein absolutes Muss? Absolute Pflicht, ein Holzwinkel. Und obwohl die Wiesn-Prinzen können, die Lärden. Ja, was haben wir denn vielleicht für einen Wiesn-Hit dieses Jahr? Wir hören jetzt auch gerade wieder den typischen Hit, Fürstenfeld. Was ist denn so der persönliche Lieblings-Wiesn-Hit von der Gärder? Ja, und das kann ich jetzt ganz schlecht sagen, weil ich mag Musik überhaupt und alles, was zu wissen dazugehört, nehme ich mit, das gehört mir auch. Das heißt, wir sind einfach überall müde, egal ob wir einen Text kennen oder nicht, Hauptsache ein Gaudi muss sein. Ja, da gibt es einen ganz bestimmten Text, der heißt La 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 und der passt überall. Der ist nicht schlecht, gell? Nein, also dann La 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 und heute noch viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.